Heute beginnen wir mit einem neuen Tag. Wir fahren zum Dorf von Martin. Martin ist ein ehemaliger Junge aus dem Weißenhaus gewesen. Dort ist der Brunnen kaputt und wir fahren hin zur Reparatur. Es geht jetzt los. Das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Es geht in den Dschungel. Auf geht's. Unglaublich. Guckt euch mal an, wo wir hier bitte sind. Es ist nichts in der Umgebung. Hier sind nicht mal Straßen und da steht ein LKW. Da steht Ahmadiyya, Jamaat Ahmadiyya drauf. Überlegt euch das mal vor 100 Jahren, wie groß die Jamaat gewesen ist. Was der Messias damals gesagt hat, wenn man hierher kommt, erkennt man wirklich, wie sich das überhaupt entwickelt hat in den Jahren. Wo der Name des des heißen Messias, wo die Botschaft des Islam angekommen ist. Hier erkennt man wirklich, was gemeint ist hinter dieser Prophezeiung, dass ich deine Botschaft bis ans Ende der Welt bringe. Ich bin ein Schade der Welt. Ich bin ein Schade.